Also heute, erster Tag, erster Tag der Challenge. Ich wiege 94,3, alias das Fetteste, was ich jemals war. Und, ja, was achten wir überhaupt? Ne, und dann bin ich immer noch fett. Das war die Erkenntnis. Acht Wochen Fickerei. Habt ihr schon mal ein Buch gehabt, wo ihr all eure Pläne da reinschreiben wolltet? Und ihr euch gedacht habt, okay, ich zieh durch. Hab ich auch gemacht. Ich hab mich aber nie dran gehalten. Ein Arbeitskollegor und ich kamen natürlich auf die grandiose Idee, zu sagen, wir wollen uns acht Wochen lang richtig in den Arsch ficken lassen. Indem wir eine Challenge machen. Acht Wochen kein Junkfood essen. Das heißt, diese geilen Dinger hier kann ich schön erstmal den nächsten acht Wochen wegschmeißen. Ich bin fucked. Er muss nämlich acht Kilo abnehmen. Ich soll vier Kilo zunehmen. So, zwischen zwei und vier Kilo soll ich zunehmen. Wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir uns was richtig krasses überlegt. Und zwar, er muss mir 500 Euro zahlen, wenn er es nicht schafft. Und ich muss ihm 100 Euro zahlen, wenn ich es nicht schaffe. Ramin, wenn du das siehst, Digga, wehe, du ziehst nicht durch. Ich slapp dich, wenn du nicht durchziehst. Was sagst du, Lars? Meinst du, schaffen wir, Digga? Ja, ich glaube, wir schaffen wir. Das ist mein Ziel, Digga. Meine größte Motivation ist, dass ich es schaffe, dass mein unbeziehender Bruder abnehmen muss. Was ist dein Ziel? Mein Ziel ist eigentlich, wenn ich es schaffe, Digga, dann bin ich übelst happy. 80 Kilo, Mann. 80 Kilo? Auf gesund aufbauen? Auf gesund aufbauen, vier Kilo zunehmen. Das ist dein Go-To-Move, oder was? Das größte Dämpnis ist es? Ja. Okay, das checken wir mal direkt, Digga. Was ist das für Lade? Let's go, Digga. Wie schaffen wir das, Digga? Alles dafür, dass mein Bruder seinen Arsch bewegen muss, endlich mal. Und Bunny auch. Mal den Salafant da. Hier, Digga. Hast du dir heute Morgen wieder Nudeln gemacht, oder was? Ramioli, ja. Ernst, wie heute Morgen Ramioli gemacht, Digga? Ernst, noch nicht? Ja. Hier, Digga. Ja. Alles, was er sich bewegen muss. Hier in dieser Tasche sehen sie meinen Monatskrall. Digga, du hast was verloren, Brü. Brü, du hast was verloren, Brü. Drei meines Monatskralls. Wir sind gerade auf dem Weg zu Idietschka. Weil ich, Digga, gestern einkaufen war mit den Boys, aber natürlich halt gedacht habe, okay, gut, ja, ich verkaufe normal ein. Die Hälfte meines Einkaufs war einfach Junkfood, ja. Jetzt muss ich nochmal einkaufen gehen, Digga, weil, ne, wir haben Challenge und wenn ich Challenge verkacke, dann 100 Euro weniger. Wann machst du das erstmal Sport, Bruder? Heute. Den sehe ich gar nicht. Ich mach Bizeps, ähm, Bizeps, Rücken, hinter der Schulter und Nacken. Zuhause, das? Ja. Machst du auf Nacken? Ich mach auf Nacken. Hihihi. Alter, einfach Edeka. 20 Euro Honigraspeltomaten. Ein Kilo. Einfach ein Kilo, Digga. Egal, das ist ein roten Baum, Bruder. Das ist nicht mehr normal. Idechko veritore, veritore Edeka. Ich habe heute Essen geschnitzeltes mit Spätzle auf ganz clean und ich finde es mega nice. Ich rieche Chicken Norgits und, und ich, Digga. Dieser, dieser Zigi, Alter. Gönnt sich Bibi, Bibi, Bibi Bills, mein Freund. Goddammit, Ravioli, Alter. Oh, 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 what the fuck? Ich darf es leider nicht essen. Ja, ich muss mir irgendwas überlegen. Ihr könnt mal sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ich machen soll, um Ramin mal ein bisschen hier so weich zu klopfen, okay? Digga, wir müssen die Scheiße hier ein bisschen interessant halten, Digga. Es steht viel auf dem Spiel, dammste Scheiße. Ich bin sehr gespannt, was er heute überhaupt isst. Ja, vor allem denn gestern, Alter, holt er sich so Veggie, Veggie Steaks, Veggie Fleisch Shit, Digga. Was hast du jetzt zu essen gekauft? Eine Zwirrell. Okay. So Veggie Fleisch mäßig. Oh, wow, 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 wow. Was hat das hier? Vor allem nicht. 0,8 Gramm Kohlenhydrate. Okay. 4,5 Gramm Fett, sonst Eiweiß. Okay, diese gut. Und diese gut, okay. Dann hab ich Reis. Oh, Babo. Und, äh, Gemüse. Ist ja super, super clean. Oh my God, Ramen. Yo, Digga, das sieht mega nice aus, oder? Aber du siehst nicht so nice aus, Digga. Faut mal auf die Mozzarella-Sticks von Timo, Digga. Ich brauche zu hart. Die Dose. Digga, ich bin hart. Ey, an den wir mal rein, dass ich hier so einen Mozzarella-Stick in Hand habe. Okay, warte mal. Okay. Hast du? Ja. Boys. What's happening and what's cracking, man? What's happening and what's happening, man, Biggie? What's happening and what's happening, Biggie? So kann man definitiv Feierabend genießen. Ich habe heute gute gefressen, Digga. 500 fucking Gramm Spätzle, Digga. Ich bin fucking dead. Dead motherfucker bin ich, Digga. Damn. Wir haben 18.15 Uhr. Ich fahr jetzt nach Hause. Und ich muss mich dazu zwingen, heute safe Sport zu machen. Ich hab absolut keinen Bock. Ich hab aber keinen Bock zu verlieren. Deswegen, Rami, wenn du da siehst, Digga. Ich mach heute Sport. Die Frage ist, was machst du heute Sport? It is time. It is time to fucking rumble that shit up, man. Ich werde heute das zweite Mal jetzt trainieren. Das erste Mal hab ich nicht gefilmt. Aber jetzt dachte ich mir so, fuck it, ich muss es noch sein. Ich muss es doch natürlich zeigen, wie ich am trainieren bin. Also von daher, heute bei mir ist Brust, Trizeps und Schulter dran. Und fuck, Alter. Let's get it, man. It's fucking get it, man. Wir sind am Ende des Vlogs angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Lasst ein Abo da, falls ihr neu seid. Denn dann verpasst ihr den größten Shit nicht. Ich werde gucken, ob ich jede Woche einen Vlog daraus mache. Kann ein bisschen schwierig werden, weil ich nämlich ab nächster Woche wieder Schule habe. Und nicht mehr in Betrieb bin. Aber wir rocken das. Wenn nicht jede Woche, dann werden aber trotzdem Vlogs kommen. Wie zum Beispiel Fotovlogs werden bald kommen. Tutorials, wie man richtig nice Sachen filmt und so ein Scheiß. Von daher, falls ihr irgendwelche Ideen habt, irgendwelche Sachen habt, die ihr gerne wissen wollt. Wie man gewisse Sachen animiert oder schneidet oder filmt oder was auch immer. Oder fotografiert. Dann wisst ihr Bescheid. Schreibt mir den Shit in die Kommentare. Und wir sehen uns ansonsten im nächsten Video, Leute. Peace the fuck out. Twoofs Oneofs Untertitelung des ZDF für funk, 2017